Also, herzlich willkommen in der Akademie für menschliche Beziehung. Heute habe ich als Gast den Dr. Stefan Hügel, der ein Buch geschrieben hat, wie viele andere auch, aber das Buch hat eben einen etwas anderen Inhalt als die vielen anderen Bücher und zwar geht es um Mineralien. Auch das ist wiederum nichts Besonderes, denn mit der Reihen haben wir uns ja häufig schon darüber unterhalten. Nur hier gibt es einen Aspekt, der ganz wesentlich unterscheidet, nämlich wir gehen weg von der reinen Fokussierung auf das, was wir brauchen, zu dem, was wir überhaupt kriegen können. Das heißt, wir sehen das in unserer Umwelt draußen aus. Was steht denn überhaupt noch an Mineralien für uns zur Verfügung? Herzlich willkommen, Herr Dr. Hügel. Ja, vielen Dank erstmal. Genau, ich bin also eigentlich über das Thema der Landwirtschaft zu den Mineralien und Spurenelementen gekommen. Ich habe also ursprünglich Bioverfahrenstechnik studiert und habe in einem landwirtschaftlichen Thema promoviert. Und mir war vorher schon klar, es gibt einige große Probleme in der Landwirtschaft, aber dass die so gravierend sind und dass der Nährstoffkreislauf derart zerstört worden ist mittlerweile. Das war mir eben nicht klar. Und es ist also so, wir haben weltweit einen massiven Verlust von Hummus in den Ackerböden und eine große Nährstoffauswaschung, die auch dadurch sich begründet. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also ein wichtiger Faktor ist zum Beispiel das tiefe Pflügen. Dadurch wird die Pilzstruktur stark gestört und die Pilze sind eigentlich das, was wirklich die Nährstoffe im Boden hält. Dadurch wird der Boden also immer mehr abgereichert an Mineralien und Spurenelementen und als Antwort darauf muss man natürlich nachdüngen. Also man muss da irgendwie gegenpompensieren, wenn man noch Erträge von den Äckern holen möchte. Und das Problem ist aber dabei, was hauptsächlich gedüngt wird, ist der Standard-N-P-K-Dünger. N für Stickstoff, P für Phosphor, K für Kalium. Ja, also drei Elemente. Jetzt wissen wir aber, die Pflanzen, die brauchen mindestens 16 Elemente, um wirklich gesund zu sein und überhaupt lebensfähig zu sein. Das heißt, hier ist schon mal eine starke Dysband raus. Also es werden meistens drei gedüngt, brauche aber 16. Das ist schon mal schlecht. Dementsprechend hat man auch festgestellt, die Lebensmittel, die vom Acker kommen, in den letzten Jahrzehnten, die nehmen stark ab an Mineralien und Spurenelementen, was ja auch dann überhaupt nicht verwundert. Aber das wird doch immer wieder in Frage gestellt. Es wird immer wieder behauptet, das ist ja für Ernährung. Jeder kann sich gesund ernähren und wenn Sie Obst und Gemüse essen, da ist alles drin. Das stimmt doch dann offensichtlich nicht. Aus meiner Sicht stimmt es nicht und ich habe da auch einige Studien dazu gefunden. Es sind tatsächlich nicht viele. Also ich glaube, ich habe in meinem Buch vielleicht fünf oder so. Mehr habe ich gar nicht gefunden, aber die sehen halt alle den gleichen Trend und interessanterweise sehen die auch die gleichen Trends in der Biolandwirtschaft. Also es scheint nicht so zu sein, dass man sagt, naja, ich gebe ja mehr Geld aus für Bio-Lebensmittel, deswegen habe ich dieses Problem nicht. Die Lebensmittel sind ja gut. Scheint nicht so zu sein, zumindest was die Mineralien und Spurenelemente angeht in den Lebensmitteln. Okay. Also es deckt sich so ein bisschen auch vor drei oder vier Jahren ist ein Buch von der Frau Aufschneider erschienen, Deutschlands kranke Kinder. Das heißt, die war stinkesauer, dass ihr Kind mit einem faulen Zahn, das heißt mit einem Kreidezahn nach Hause kam. Dann sagt der Zahn, also liebe Frau, regelmäßig auf, 30 Prozent der Kinder in Deutschland haben so einen Kreidezahn. Also das ist ganz normal. Nicht Karies, ein Löchelchen irgendwo, sondern richtig kaputten Zahn. Dann hat die angefangen zu graben und ist genau zu dem gleichen Ergebnis gekommen wie sie. Da fehlen essentielle Spurenelemente in der Nau, die auch in den öffentlichen Institutionen ausgeteilt werden. Kindergarten, Schule und so weiter und so fort. Also das muss man doch als fahrende Sichtbezeichnung, was da passiert. Ja, das sehe ich auch so. Und das sind systematische Probleme, die sich im Prinzip auf den ganzen Globus beziehen. Einfach weil dieses Gesamtsystem Landwirtschaft, es ist ein Stück weit nicht zu Ende gedacht. Auch der ganze Nährstoffkreislauf. Unsere Ausscheidungen, die kommen ja auch nicht auf den Acker zurück. Da ist kein Nährstoffkreislauf. Das wird überhaupt nicht recycelt. Es wird eigentlich nur auf den ganzen Landflächen werden die Nährstoffe zusammengezogen, gebündelt in Pflanzen und Tieren. Die landen auf unseren Tellern. Von da geht es in die Kläranlage und da geht dann ein Teilstrom ab in die Flüsse und in die Weltmeere. Und das andere, der Klärschlamm, das wird verbrannt und die Asche wird dann auf Deponien eingelagert. Also mit Recycling ist dann nichts. Das heißt, wir ziehen wirklich systematisch Mineralien und Spurenelemente aus den Böden weltweit ab und leiten sie ins Meer. Also da muss ich sagen, das ist für mich auch ein Aspekt, den ich so noch nie gesehen habe. Also das finde ich toll, dass sie das rausgearbeitet haben. Man denkt einfach nicht daran, dass wir laufend ja dem Kreislauf hinnehmen. Es ist kein Kreislauf. Es ist eine Einbahnstraße. Wir ziehen raus und geben nicht wirklich alles wieder rein, was wir reingeben müssten. Genau so sieht es aus. Ja. Es ist sehr, sehr kurzfristig gedacht. Wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Was haben Sie sich da überlegt? Also wir haben einen Verein gegründet, den Verein Mineralienbrände und wir haben uns da drei Schritte überlegt, wie wir dieses Problem angehen. Der erste Schritt, das ist die kurzfristige Lösung. Das besteht darin, dass die Menschen einfach eine Mineralienmischung zu sich nehmen, die ich entwickelt habe. Das ist also eine Mischung aus Mineralien und Spurenelementen, die ein möglichst breites Spektrum hat. Es geht eben darum, einfach diesen Verlust an Mikronährstoffen in unseren Lebensmitteln irgendwie altwegs kompensieren zu können. Ist nicht der beste Weg, aber ist schnell und einfach. Schritt zwei ist mittelfristig. Da geht es darum, dass man sich darum kümmert, wie man die Pflanzen düngt, damit die eben die Mikronährstoffe wieder enthalten, die wir brauchen. Das heißt, dass wir das Ganze nicht mehr in Pulverform nebenbei supplementieren, sondern tatsächlich Lebensmittel haben, die auch natürlich so wie früher zusammengesetzt sind. Bevor es mit der industriellen Landwirtschaft eben los ging. Und der dritte Schritt, das ist der wirklich langfristige Schritt, das ist das Schließen der Nährstoffkreisläufe. Einmal auf globaler Ebene und einmal auch natürlich auf Haushaltsebene, sage ich mal. Da geht es eben darum, dass man sich überlegt, wie kann ich zum Beispiel auf eine trockene Trenntoilette gehen, statt jeden Tag den Spülknopf zu drücken und das ganze Zeuglacher wegzuschicken. Ja, das sind also die drei Ansätze, die wir verfolgen, zusammen mit unseren Mitgliedern. Ja, ich denke, es ist wirklich so, dass die Lösung muss praktikabel sein. Und praktikabel heißt auch kurzfristig umsetzbar. Und von daher bin ich absolut bei Ihnen. Wir werden im Augenblick nichts anders tun können, als dem Einzelnen empfehlen, guck zu, was du wirklich für Mängel hast und dann gleiche sie aus. Alles andere ist erstmal illusorisch. Ja. Genau. Wohlwissend, dass es nicht die Endlösung sein kann, sondern das wäre wirklich gut, wenn Ihr Verein wachsen und gedeihen würde, dass also mehr Mitglieder da sind. Und ich kann Sie in dem Zusammenhang nur einladen. Ich habe ja etwas Ähnliches in der Akademie gemacht. Ich bin seit jetzt einem Dreivierteljahr mit dem Konzept Aus der hellen Köpfe unterwegs, wo ich solche Menschen wie Sie einlade, ihre Ideen, ihre Erfahrungen einzubringen, damit andere das sehen. Das Schlimme ist ja, es gibt unheimlich viel Wissen, aber immer nur in kleinen Parzellen. Und die Gesellschaft tut alles, dass diese Dinge sich nicht einfach verbreiten. In den Mainstream-Medien wird wer weiß was erzählt. Früher war es die Kaiser und Soraya, heute ist es, ich weiß nicht wer, aber es wird nicht das vermittelt, was die Menschen brauchen, sondern irgendetwas, was man verkaufen will oder sonst was. Und wenn das so ist, dann müssen wir selber organisieren, dass die Informationen weiterkommen. Und in diesem Aus der hellen Köpfe will ich also Menschen so wie Sie oder Vereine wie Sie auch sammeln. Dann gibt es eben ein Board, wo die unterschiedlichsten Qualitäten oder Günste oder sonst was angepinnt sind. Dann kann jeder gucken, der nach so etwas sucht, kann dann Kontakt aufnehmen. Und ich hoffe, dass wir aus dieser gegenseitigen besseren Vernetzung, dass ich da wesentlich was tun kann. Das hört sich sehr gut an, ja. Also mir ist auch ganz wichtig die Eigenverantwortung, weil ich habe da so viele total kontroverse Themen gefunden, auch was offizielle Empfehlungen angeht. Da können Sie auch ein Lied von singen, was das Vitamin D3 angeht, was da holen wird. Das deckt sich einfach nicht mit dem, was man in Studien herausfindet. Also teilweise überhaupt nicht. Und da geht es dann wirklich darum, dass man das erkennt und dann für sich selber sich informiert, um sich eine eigene Meinung zu bilden und versteht, ich muss mich um meine eigene Gesundheit kümmern, weil ansonsten wird das nichts mehr. Ja, und das große Problem ist, wem traue ich heute noch? Also Vitamin D haben Sie kurz erwähnt, da war ich vor der zweitgrößten medizinischen Zeitstruktur in Deutschland mit dem Tribune, hat jemand eine Arbeit über Vitamin D zitiert, wo mal wieder nichts rausgekommen ist. Da sind Leute, das ist wohl das Sommerkrokodil oder sonst was, was jetzt durch die Flüsse getrieben wird. Es nutzt alles nichts. Was er verschwiegen hat oder was er zu dumm war, zu erkennen war, dass die Studie falsch angelegt war. Da war die Kontrollgruppe, hat den gleichen Vitamin D spielen gehabt, wie die Gruppe, die supplementiert worden ist. Da kam nichts bei rum, die waren alle normal. Und wenn man normalen Leuten noch was Normales oben drauf gibt, da kann nichts bei rum kommen. Aber das wird nicht gesagt. Und wer das nicht erkennt, der läuft dann eben irre. Und solche Dinge müssen auf den Tisch. Und es muss klar sein, wer welche Interessen mit seinen Informationen verfolgt, denn sonst wird man wieder in die Irre geleitet. Ja. Ja. Ja, und da ist es, glaube ich, gut, wenn wir das versuchen, möglichst zu organisieren, weil der Einzelne, so wie sie auch, tut es sich extrem schwer, mal die Schwelle zu nehmen, aus der Anonymität rauszukommen. Überhaupt mal ein paar Leute zu haben, einen Verein zu haben. Allein die Vereinsgründung ist ja schon wieder ein Riesenakt, ja. Und so weiter und so fort. Wenn wir das alles vereinfachen, dass also der Einzelne, der eine gute Idee hat, dass er mit ihr was engagieren will, dass der sagen kann, hallo, hallo Leute, ich habe hier was, lass uns das doch mal organisieren, dass wir uns darüber auseinandersetzen. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass irgendjemand in Köln wohnen sagt, ich möchte es sehen, dass die Gemüsebauern vor den Toren Kölns, dass die entsprechend promotet werden und lass uns doch mit den Gemüsebauern in Kontakt treten. Wenn also 50, 60 Leute aus Köln bei den Bauern an die Tür klopfen, ja hallo, dann sollte mich wundern, wenn die nie ein Ohr dafür haben, was wollen die gepflanzt bekommen. Ja. Also auf diese Weise synergistische Kräfte zusammenzubringen und umgekehrt auch den Einzelnen aus der Schwierigkeit rauszubringen, dass er einfach platt gemacht wird. Ich weiß ja, ob Sie in der, ich wollte gerade sagen, im Dritten Reich in den letzten drei Jahren erlebt haben mit dem Professor Bhakti. Professor Bhakti war ein absoluter Spezialist, Virologe hier drüben in Mainz an der Uni, war gerade emeritiert und hat gesagt, liebe Leute, richtet euch nicht auf, das ist ein Virus, da können wir mit umgehen. Denn dann haben sie vollkommen demontiert, weil man seine Meinung nicht brauchen konnte. Und das darf in Zukunft auch nicht mehr passieren. Ja gut, dann denke ich mal, lassen wir diese Information mal auch ein bisschen in den Äther, dass da ein Verein unterwegs ist, dass jemand sich konkrete Vorstellungen hat, daran arbeitet, gerne noch mehr Mitglieder hätte, auch ein paar Bücher verkaufen würde, kann ich nur empfehlen. Ich habe reingeschaut, das sind ähnliche Dinge, nachdem ich seit 15 Jahren unterwegs bin, die ich nicht gewusst habe. Also Sie haben da einige tolle Sachen zusammengetragen und dann hoffen wir mal, dass wir mit dem Thema ein bisschen vorankommen. Ja, vielen Dank. Ich halte es nochmal kurz in die Kamera, das Buch. Ja, halte es kurz in die Kamera, okay. Und Sie können es, ja, jetzt verschau. Sie können es ja dann auch unten drunter noch mal verlinken, dass man sehen kann, wo man es kaufen kann. Genau, nochmal in der Videobeschreibung. So, haben Sie noch was auf Erste, was Sie loswerden wollen? Vielleicht nochmal gerne ein Beispiel, was ich sehr kontrovers finde in dem ganzen Zusammenhang mit den Spurenelementen. Ja. Und zwar das Lithium. Also das ist mir eigentlich so das wichtigste, kontroverse Beispiel. Es ist nämlich so, in den 70er Jahren hat man da Studien gemacht, beziehungsweise sich Kriminalitätsstatistiken angeschaut und man hat festgestellt, dass es sehr im Zusammenhang steht damit, wie viel Lithium im Trinkwasser vorhanden ist. Das hat man zuerst in Texas gemacht und eben gemerkt, in den Gebieten in Texas, wo ganz wenig Lithium im Trinkwasser ist, sind die Gewaltverbrechen bis zu 60 Prozent stärker vertreten. Also dazu zählen Mord und Vergewaltigung, auch Suizid. Also viel mehr verglichen mit den Gebieten, wo viel Lithium im Trinkwasser ist. Und das hat natürlich erst mal wie ein Zufall gewirkt, wie ein absurder Zufall. Man hat dieses Studiendesign aber immer wieder wiederholt in verschiedenen Ländern der Welt und da hat sich eben, mittlerweile gibt es zig Studien mit diesem Design und das zeigt sich eben ganz klarer Trend, dass das kein Zufall ist, sondern dass man das wirklich immer wieder beobachten kann. Und das verwundert eigentlich auch gar nicht, weil dieses Lithium, das wird schon seit über 200 Jahren in der Psychotherapie verwendet, vor allem bei Depressionen und impularer Störung. Jetzt ist es aber so, dass dieses Spurenelement als Nahrungsergänzungsmittel EU-weit verboten ist, aber trotzdem auch in der Psychotherapie angewandt wird. Das heißt, wenn ich jetzt Lithium haben möchte, muss ich schon wirklich ernsthaft psychisch krank sein und mich in Behandlung begeben, damit ich an dieses Lithium rankomme. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte da präventiv mit ganz geringen Dosen rangehen, dann heißt es, nein, es ist verboten. Und das finde ich so absurd, weil das ja eine wahnsinnige Reichweite hat in unserer Gesellschaft. Ja, und bedauerlich ist das nicht nur ein Einzelfall, sondern der Trend nimmt zu. Big Pharma sieht ganz klar da, wo Chancen sind, Umsatz zu machen und dann wird das den einfachen kleinen Leuten sozusagen aus der Hand genommen und dann wird es konzentriert und wird wieder Profit mitgemacht. Also es ist ein Riesenproblem und noch einmal, wir können nur mit Ausführung arbeiten und von daher nochmals vielen Dank auch für das Buch und ich werde sehen, dass wir es auch nicht weit verbreiten. Alles Gute. Vielen Dank und danke für Ihre Zeit. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.